Bester Ruf und beste Vertrauenswürdigkeit. Diese beiden Kriterien, die Valentin Höller unter anderem nannte, motivieren mich an dieser Stelle zu einem erneuten Seitensprung. Wer war dieser Johannes Strebel? Welchen Werdegang hatte er? Was waren die Verdienste seiner Orgelbauanstalt? Nun, Johannes Strebel wurde am 27. Januar 1832 im württembergischen Forchtenberg geboren, als ältester Sohn des aus Schweinfurt stammenden evangelischen Stadtpfarrers, Komponisten und Musikpädagogen Johann Valentin Strebel und dessen Frau Johanna Emilia Magdalena, eine geborene Harles aus Nürnberg. Im Revolutionsjahr 1848 begann er eine sechsjährige Ausbildung zum Orgelbauer bei Eberhard Friedrich Walker in Ludwigsburg und blieb nach seiner Lehre dort für zwei weitere Jahre als Geselle. In seiner Walker-Zeit war Johannes Strebel unter anderem am Bau der großen Orgel im Ulmer Münster beteiligt, die 1856 fertiggestellt und als prachtvolles, geradezu gigantisches Werk weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gerühmt wurde. Es hatte 100 Register, verteilt auf vier Manuale und ein Pedal. In der damaligen Zeit wahrlich ein Orgelmonster im besten Sinne des Wortes. Eberhard Friedrich Walker galt schon zur damaligen Zeit als einer der berühmtesten deutschen Orgelbauer und wird bis heute als einer der bedeutendsten in Deutschland des 19. Jahrhunderts angesehen. Walker entstammt einer schwäbischen Orgelbauer-Familie und lebte von 1794 bis 1872. Sein Ruhm fußt nicht nur auf qualitativ hochwertig gebauten Instrumenten, sondern vor allem auf epochemachende Neuerungen im Orgelbau. Walker stand den technischen Innovationen seiner Zeit sehr aufgeschlossen gegenüber und wusste sie effektiv für den Orgelbau zu nutzen. Zahlreiche, später ebenfalls bedeutende Orgelbaumeister gingen bei ihm in die Lehre. Eberhard Friedrich Walker ist es übrigens, dem die Einführung des Jalousie-Schwellwerks in Deutschland zu verdanken ist. Er hatte es sich von englischen und französischen Orgelbaumeistern abgeguckt. Und die Art und Weise, wie Walker Orgeln disponierte, gilt als stilbildend für die Zeit der deutschen Orgelromantik. Nach seiner Zeit in Ludwigsburg arbeitete Johannes Strebl von 1856 bis 1858 bei Georg Friedrich Steinmeier als Geselle in Oettingen. Georg Friedrich Steinmeier, ebenfalls ein Walker-Schüler, lebte von 1819 bis 1901 und legte 1847 den Grundstein für ein dann 156 Jahre bis zum Ende 2000 wirkendes Familienunternehmen, das nicht nur zu den namhaftesten Orgelbaufirmen Deutschlands aufsteigen sollte, sondern darüber hinaus zu den weltweit größten und bedeutendsten aller bisherigen Zeiten avancierte. Es war auch von Valentin Höller für den Bau der Stadt Stearnacher Orgel in Betracht gezogen worden. Nach wie vor stammt die grösste Kirchenorgel der Welt, jene im Stephansdom zu Passau mit 208 Registern, ursprünglich aus dem Hause Steinmeier. Heute steht auf jedem Erdteil mindestens eine Steinmeier-Orgel. Insgesamt entstanden im Lauf der Firmengeschichte in Oettingen etwa 2400 Orgeln. Rund 10.000 Instrumente betreute die Firma Steinmeier im Zuge von Restaurierungen und Wartungsarbeiten. Nicht zu vergessen die 6000 Harmonien, die in Oettingen über die Jahre hinweg produziert wurden. Der Harmoniumbau war es freilich auch, der Johannes Strebel 1858 zunächst von Steinmeier wegführte. Johannes Strebel entschied sich für eine Weiterbildung in diesem Bereich des Instrumentenbaus und ging nach Stuttgart, zur heute noch weltweit ältesten Klavierbauer-Dynastie Schiedmeier. Julius und Paul Schiedmeier hatten den Harmoniumbau in Paris erlernt und vor kurzem, nämlich 1853, in Stuttgart eine eigene Werkstatt für Harmoniumbau gegründet. Berühmt wurde diese Firma später insbesondere durch den Bau der auch für Orgeln genutzten Celesta, Glockenspiele, die mittels der Klaviatur angeschlagen werden. Bis auf den heutigen Tag werden solche Glockenspiele von Schiedmeier produziert, entweder als eigenständige Instrumente oder aber als Register für den Einbau in Orgel. Bei den Schiedmeiers blieb Johannes Strebel zwei Jahre lang als Geselle. Anschließend kehrte er wieder in das Metier des Orgelbaus zurück. 1860 ließ er sich als Geselle bei der Firma Adolf Ibach und Sohn in Barmen anstellen. Von Haus aus war auch dieses Familienunternehmen im Klavierbau tätig. Johannes Adolf Ibach weitete das Geschäftsfeld auf den Orgelbau aus, das später sein Sohn Richard Paul Ibach übernahm und 1869 sogar als selbstständiges Unternehmen auslagerte. Just im Jahr 1860 hatte Richard Paul mit seinen Mitarbeitern eine große Orgel mit 65 Registern, verteilt auf drei Manuale und ein Pedal, für eine Kirche im spanischen Valencia gebaut. Für die damalige Zeit ebenfalls ein Mammutinstrument. Seinem zwei Jahre Rhythmus treu bleibend begab sich Johannes Strebel 1862 erneut auf die Walz und gelangte nach Paris zum Meister der Meister des französisch-romantischen Orgelbaus zu Aristide Cavallier-Coll. Aristide Cavallier-Coll wurde am 4. Februar 1811 als Spross einer südfranzösischen Orgelbauer-Familie in Montpellier geboren und übernahm aufgrund seines herausragenden technischen und mathematischen Talents schon frühzeitig eine wichtige Rolle in der Firma seines Vaters. Im Alter von 22 Jahren ging er auf Anraten des Komponisten Giacchino Rossini nach Paris und gewann, kaum dort angekommen, überraschend den Wettbewerb zum Bau der Orgel in der Basilica Saint-Denis. Am 13. Oktober 1899 verstarb er in Paris als schon damals bedeutendster Orgelbauer aller Zeiten. Aristide Cavallier-Coll galt und gilt als hervorragender Akustiker, Wissenschaftler und Erfinder. Um auf alle seine Verdienste, die er sich um die Kunst des Orgelbaus erworben hat, einzugehen, fehlt hier die Zeit. Bis heute gründet sein Weltruhm auf seinen Orgel in Saint-Sulpice 1862, Saint-Étienne-de-Mort 1863 und, nicht zuletzt, Notre-Dame de Paris, erbaut 1863 bis 1868. Aristide Cavallier-Coll bot Johannes Strebel, der sehr wahrscheinlich einige Zeit lang auch am Bau der Orgel von Notre-Dame de Paris mitwirkte, die Spanienvertretung seiner Firma an. Doch Johannes Strebel lehnte dankbar ab und kehrte stattdessen 1864 zu Georg Friedrich Steinmeier nach Oettingen zurück, wo er sich als Teilhabe in das Familienunternehmen einkaufte und fortan, 20 Jahre lang, die Abteilung für Harmoniumbau leitete. In dieser Zeit wurden auch seine beiden Söhne geboren. Wilhelm am 9. September 1873 und ein gutes Jahr später, am 30. September 1874, Hermann Strebel. Freilich erwuchsen auch Georg Friedrich Steinmeier im Laufe von zwei Ehen Nachkommen. Insgesamt waren es 19 an der Zahl, wovon allerdings nur zwölf Kinder das Erwachsenenalter erreichten. Da die Orgelbaufirma Steinmeier als Familienunternehmen angelegt gewesen ist, waren mit dem Heranwachsen der Steinmeier-Söhne und ihrem Eintritt in das Unternehmen die Tage für Johannes Strebel gezählt. 1884 räumte er seinen Platz, ließ sich seine Firmenanteile auszahlen, zog nach Nürnberg und gründete dort seine eigene Orgelbauanstalt. Zunächst bestand sie lediglich aus einer kleinen Werkstatt, die im Rohlederrassgarten im Stadtteil St. Johannes angesiedelt war. Doch schon bald wurde daraus eine für damalige Zeiten hochmoderne, dampfbetriebene Fabrik mit äußerst günstiger Verkehrsanbindung, direkt am Hintereingang des Nürnberger Hauptbahnhofs gelegen. Die Adresse lautete hinterm Bahnhof 6, dort, wo heutzutage ein Parkplatz gähnt. Später ausgeweitet auf die Adresse hinterm Bahnhof 30, wo heute die kleinen Räume der Adventgemeinde stehen. Als 1895 der Bund Deutscher Orgelbaumeister gegründet wurde, war Johannes Strebel als dessen erster Vorsitzender vorgesehen. Mit Verweis auf sein Alter, Johannes Strebel war damals 63 Jahre alt, lehnte er die Wahl jedoch dankend ab. Im 24. Jahr ihres Bestehens und nach gut 170 gebauten Orgeln übergab Johannes Strebel die Leitung seiner Orgelbauanstalt im Jahr 1908 an seine beiden Söhne Wilhelm und Hermann. Diese wiederum teilten die Aufgabenbereiche unter sich auf. Wilhelm, seit 1890 im Unternehmen tätig, war vorrangig für den praktischen Teil, den Orgelbau, zuständig, während sich Hermann, der seit 1893 in der Firma mitarbeitete, hauptsächlich des kaufmännischen Parts annahm. Später, offensichtlich irgendwann zwischen dem 10. März 1910 und dem 9. August 1910, trat ihr Mitarbeiter Quirin Übelacker, seines Zeichens ebenfalls gelernter Orgelbauer, und in der Firma zuständig für die Zeichnungen von Prospektentwürfen zusätzlich in die Leitung der Firma ein. Gestorben ist Johannes Strebel nach längerer Krankheit im 78. Lebensjahr am 20. Juni 1909 in Nürnberg und wurde auf dem Friedhof St. Johannes neben seiner bereits 1899 verstorbenen Frau Elise und inmitten anderer berühmter Söhne und Töchter Nürnbergs begraben. Die Strebelsche Grabstätte ist seit langer Zeit nicht mehr vorhanden, sie wurde 1959 aufgegeben. Der Ruhm und Nachruhm von Johannes Strebel gründet vor allem auf seiner herausragenden Kunst, eine Orgel zu intonieren, also den Klang und die Lautstärke der verschiedenen Orgelpfeifen und Orgelregister perfekt aufeinander und auf die Akustik des jeweiligen Raumes abzustimmen. Der Nachruf in der Zeitschrift für Instrumentenbau bezeugt Johannes Strebel als einen, Zitat, in allen Branchen seines Berufs geübten und strebsamen Künstlers, Zitat Ende, dessen Arbeit mit zahlreichen Auszeichnungen anerkannt worden war. Die Orgelbauanstalt von Johannes Strebel wurde bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg als eigenständiges Unternehmen in Nürnberg fortgeführt. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse entschieden sich die Strebels mit ihrem Kompagnon Übel Ackerdan, ihr Unternehmen samt Vermögen in das Haus Steinmeier nach Oettingen zu überführen. Wilhelm Strebel wurde Teilhaber der Firma Steinmeier und leitete eine Dependance in Nürnberg. Sein Bruder Hermann arbeitete als Prokurist in Oettingen. Bis zum Tode Wilhelms Strebels am 12. Februar 1939 trug die Steinmeierische Firmengesellschaft nun den offiziellen Zusatz Steinmeier und Strebel.